Servus Freunde des gepflegten Handballs. Wir sind die Mannschaft von der Handballakademie Bayern. Wir haben uns für die A-Jugend-Bundesliga-Saison 2018-2019 qualifiziert. Das ist natürlich mit sehr hohem Aufwand verbunden. Wie zum Beispiel Trainingslager, Trikotsätze und Auswärtsfahrten, Schiedsrichterkosten, Übernachtungen und Verpflegung. Dazu hoffen wir auf eure Unterstützung. Begleite uns auf unserem Weg in der Jugend-Bundesliga. Fördere uns jetzt auf Kermon.